ja letzte aufnahme war so lang können wir zwei folgen ausmachen oder haben wir zwei folgen ausgemacht jetzt die 64 der zweite teil der aufnahme und ja nach dem logo schaut euch an wir gehen richtung basis wie ihr seht und dann wollen wir mal gucken was da passiert so jetzt ist es besser mit energie jetzt sind wir gleich auch fit wieder ist der große auch mitgekommen da kommt noch einer so der pilz ist nicht gegessen worden ok dann machen wir den noch mal gerade aber wir wollen ja den hier machen so 50 haben wir jetzt hier liegt ein großer baum der ist eben beim fliehen da umgefallen wo waren die denn jetzt zu hause ja hier war das genau da vorne ist der zu hause so jetzt ist ein bisschen besser einmal die energie hoch bitte mit dem mal der eine verputzen können jetzt diesmal so jetzt hat es auch geklappt da gab es nur ein grauzwergenauge von ok hier haben wir uns nicht hingetraut da gibt es ja kein eingang doch sogar mit tür das ist ja cool da kann man hier was erreichen das wird wohl nichts tja da weiß ich jetzt auch nicht ob da oben was drauf ist ne das dach ist auf jeden fall kaputt diesmal bin ich nicht auf den pfeil gesprungen nein schaue ich nicht ich glaube aber da oben ist auch nichts drauf kann man das von außen vielleicht sehen ich glaube nicht ich sehe da nichts passt schon vielleicht ist hier auch was schönes noch um der ecke weil das muss ja was bewacht werden sozusagen oder dieser große stein kann es ja nicht sein oder kein kupfer vorkommen hier ist nichts besonderes schade dass hier kein kupfer vorkommen ist hier ist nichts gut lasst uns zurückgehen ist hier noch was auf der lichtung nicht wirklich ne naja immer noch ein paar wären mit sehr schön noch diesen baumstamm den machen wir noch klein ist hier noch bären gut da kommt noch einer ist das da ein baumstamm? ja ne ach das war der baumstamm den wir eben hatten kommen wir auch mal gerade aus der erde nur damit es hier schick aussieht so jetzt weiß ich nicht ob wir das tor schon bauen können und wo bauen wir es hin ist die frage hier hinten ich hoffe die werkbank ist weit genug und wir können das tor hier hin bauen wenn wir es denn bauen können achso ist schon ausgewählt da bei uns fehlt achso edelholz ist nicht genug da wie viel edelholz haben wir denn dabei? tja 17 das heißt wir brauchen noch eine Birke haben wir hier irgendwo eine Birke da hinten könnte ein weißer Stamm sein und da läuft noch einer rum zwei Schlag und hier liegt sogar noch ein Stück Birke jetzt hau aber nicht ab, dann bleib hier und da war das andere Stück jetzt können wir das noch nicht mal aufheben aber schon genug tragen ne? auch geil oder? oh hier sind noch ein paar Beeren aber die kriege ich jetzt nicht mit oder? shit gut gut müssen wir erst reinhieren was haben wir hier denn? achso Zutaten und Fleisch ok was wollten wir machen? die Augen holen wollten wir und wieviel Dingens haben wir? haben wir jetzt 20? jetzt haben wir 25 das ist schon mal gut jetzt müssen wir hier das Euglein haben das haben wir auch und was fehlte dann noch? wir sind natürlich zu schwer jetzt können wir hier für ein Holz weglegen Holz jetzt sind wir nicht mehr zu schwer was braucht man noch? wir brauchten Holz und zwei Satür oder wie heißen die Dinger? Sürtling gut und jetzt können wir das Tor bauen das wollten wir jetzt hier hin bauen das wollten wir jetzt hier hin bauen ne? Hämmerchen so das haben wir jetzt hier im Lager da da kommt der Rabe dann lass uns gerade gucken jetzt habe ich die falsche Taste erwischt Portale eignen sich perfekt um schnell große Teile der Welt zu überbrücken natürlich musst du auch dafür sorgen dass das ein Ausgangspunkt ein Portal erreicht wurde gibt es da im Portal dieselbe Kennung um ihn miteinander zu verbinden ja sehr schön das war jetzt schon mal wichtig dass wir hier eins haben ne? da sind wir durch jetzt heißt es wir brauchen Edelholz und 20 Augen lass uns gucken was haben wir im Inventar die zwei Sürtlinge haben wir da wir haben nur noch 5 Edelholz die müssen wir aufrüsten und hier haben wir 20 10 warte mal wenn ich das nochmal habe was brauchen wir da? 10 20 2 das heißt wir können ein bisschen was hier lassen schätze aber hier das heißt lassen das so ne das war genau umgekehrt ne das war genau umgekehrt so zwei haben wir wir müssen jetzt noch an die Kiste für die Augen das war hier und ne ein weniger ja so jetzt sind wir 10 2 ja da müssen wir die ganzen anderen Sachen natürlich noch ausladen habe ich gesehen ne der Wald bewegt sich na super Pfeil und Bogen das wird alle nix 2 das wird alle nix also das wird alle nix das wird alle mit die wo das wird auch Maslow но aber das wird auch das wird auch das wird auch so kamikaze jetzt habe ich irgendwie auch noch was abgekriegt einmal da durch und den Gift der ist wunderbar jetzt muss ich gerade erst weg bis ich wieder Energie habe jetzt ist aber Ruhe oder? das war der letzte jetzt müssen wir jetzt Sachen einsammeln gerade hier liegen auch noch ganz viele was ist das? jetzt kann ich schon wieder nichts mehr tragen oder wie sehe ich das? ok kurz ins Lager ausräumen und dann geht es weiter mal hier was reinzustecken ich glaube eher nicht doch die Federn haben wir sonst noch was hierfür das Leder jetzt ist gerade nichts noch mal raus und noch die paar Sachen aufsammeln wenn das geht da leuchtet auch noch was ich glaube jetzt haben wir es oder? jetzt haben wir wieder Pech gehabt mit dem Regen so da brauchen wir da haben wir 19 und wir wollen 10 behalten das heißt 9 müssen wir weglegen oder? passt Holz mal ein Edelholz da oben ist es normales Holz das kann hier hin oh alter Samen muss hier noch was rein? nein das wollen wir ja mitnehmen alte Sachen hier können wir noch was reinlegen an Kohle aber die Kohle ne warte mal die Kohle probieren wir erstmal hier rein zu legen ne? das passt hier haben wir jetzt gerade einen Barren aufgenommen oder? ja da oben zwei weg damit steilen wir hier kriegen wir das hier unter kriegen wir hier unter und den kriegen wir sogar da hin und dann passt es so dann haben wir hier noch was die Samen von der Birke das war es erstmal das müssen wir mitnehmen das müssen wir mitnehmen das sind Sachen die wir hier lassen können das kann auch noch hier rein passt erstmal gut dann haben wir hier noch Zutaten das ja das sind auch Zutaten glaube ich dann haben wir hier Fleisch okay die kommen hier schon tatsächlich wohl rein so dann in die Hütte und hier noch schnell das Essen rein getan so das bedeutet auch der Samen muss noch raus von dem uralten ich glaube das war hier oder? ja das brauchen wir, das brauchen wir, das brauchen wir der Rest ist alles okay das heißt reparieren gehen draußen reparieren gehen und was ist das hier? wieso kann ich den nicht reparieren? fehlt mir was wahrscheinlich gut sind wir erstmal durch ich würde sagen recht herzlichen Dank fürs Zuschauen würde mich freuen wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid falls ihr noch kein Abo macht eins falls euch die Folge gefallen hat gebt einen Daumen hoch macht euch die Glocke an kriegt damit wir das nächste Video auch leider gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen wir sehen uns in der nächsten Folge bis dann ciao kann sein dass ich hier auch wieder zwei Folgen raus machen muss weil die sehr lang ist